Herzlich Willkommen, mein Name ist Anjugo EP und ich begrüß euch zurück zur Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir mit dem GT DLC angefangen und jetzt steht hier auf dem Hauptplatz Jocko, der Patrolman. Und ja, ich nehme an, der ist ein Meister, weil der hat so ein Zeichen und der hat eine Quest für uns. Also los. Hey du da drüben, ich wollte dich was fragen. Wo sind wir? Alle Rassen sind hier. Auch Aliens. Was für ein Planet? Hm, mein Name? Hey, du wirst warsch sein. Ich bin der Beschützer von Galaxien, der ausgewählte Super-Elite-Kämpfer. Ich bin Jocko, der Galactic Patrolman. Ich patrouliere das All bei Tag und Nacht, um die Galaxien zu beschützen. Bei meiner Mission bin ich eingeschlafen. Dieses Portal brachte mich her. Die Wahrheit ist, ohne meinen Raumschutz stecke ich in Schwierigkeiten. Was, du gehst auch auf Patrouille? Mist, ich habe verraten, dass mein Raumschutz abgestürzt ist. Du, 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 verrate keinem, was du gehört hast. Zeige ich dir als Belogung einen meiner super coolen Moves. Ein guter Handel. Das ist die Chance, von einem SE-Kämpfer zu lernen. Ja, warum nicht? Geh einfach sternen, dann bringe ich dir jetzt den Super-Elite-Move bei. Wenn ich dich hier unterrichte, stören wir die anderen. Ortswechsel. Hey, ein Super-Elite-Kämpfer hat auch Elite-Manieren. Haben wir irgendwo mehr Platz? Lass uns dort hingehen. Oh, ein Stern. Elite-Strahl, natürlich. Was, ehrlich gesagt, nicht von wo der Typ ist. Ich weiß, das ist Akira Toriyamas erster desigenter Charakter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich halt auch Super, Dragon Ball Super oder Z oder so bezieht. Aber ich glaube, der kommt im Dragon Ball Super Manga vor, ne? Du Post. Bei dem Anime kommt der, glaube ich, auch vor. Und dem Revival of F, glaube ich. Aber wer der ist, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist wie so ein Typ von Power Ranger aus Japan. Super Sentai. Und wir haben einen Super-Elite-Strahl. Super Sentai. Und wir haben einen Super-Elite-Strahl. Und wir werden ihn wieder trainieren. Also wenn ich mal nicht das alles da reinpacke. Ob ich das überhaupt mache, weiß ich nicht. Irgendwann zeige ich die schon nur. Ich möchte jetzt erstmal die ganzen DLCs aus dem Weg räumen. Das muss ich mir lassen. Nicht übel. Meine Lehren zeigen deine Wirkung. Ich bin froh, dass du schlau bist, als du aussiehst. Bitte. Sehen wir uns den Move an, den ich mir beigebracht habe. Nochmal an. Mein Gott. Mein Elite-Strahl ist ein Move, mit dem man einen Strahl mit Steel schießt. Mit diesem Move bist du schon fast ein Super-Elite-Kämpfer. Zufrieden? Es wird dauern, bis mein Raumschiff repariert ist. Also bleibe ich hier. Du kannst die Chance nutzen und von einem SE-Kämpfer wieder lernen. Dann sind das hier wohl die goldenen Leute hier, ne? Ja, der letzten schon. Okay, dann nehme ich mal an. In der Mitte ist Pan. Ganz links ist Tension Han. Rechts könnte entweder Oop sein. Oder der Dingens. Der alte Kaioshin. Der zweite von der Mitte hier habe ich keine Ahnung. Der zweite von links. Will ich auch nicht wissen. Weil... Ich möchte die Überraschung nicht verderben. So. Wir machen weiter im Story-Modus, sag ich mal. Im Kampf gegen Super-17 nehme ich mal an. Als nächstes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die ganzen Meister nochmal aufnehmen soll. Weil... Ja... Ich will das Bier langsamer so hinter mich bringen. Weil ich die ganzen Meister jetzt wieder machen muss, dann muss ich wieder so viel Off-Screen-Arbeit machen. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Wirst du noch mal auf Zeit-Protol gehen? Ja, war sicher. Dann kämpfen wir gegen Super-17. Kommt dann noch Omega Shenlong. Am Ende. Das würde dann auch gut passen. Den kann man ja auch mit Dragon Balls als Charakter wünschen. Siege Super-17. Oh, hi. Du bist mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir ein. Es sieht sehr möglich aus, dass beide die gleiche Klamotten haben. Er ist jetzt zu Super-Pimp-17 geworden. Da ist noch ein Gegner. Ja, das dürfte ja wohl. Klappchen. Mal ganz ehrlich. Das ist normal. Heißt ein Gegner. Kein riesenaffe. Nicht zehn Gegner auf einmal. Also das müsste ja wohl zu schaffen sein. Ich kann mich aufladen. Genau so. Das könnte man sich wünschen. Und zack. Das geht nicht. wir haben es aber in sich vielleicht können ja auch einige sachen mit dem gt pack 2, kann ja natürlich auch sein aber die kameras schon gewechselt kamehameha times 10 apropos ah, Samuoco, stimmt in der normalen Form in gt warum machst du jetzt mehr Kaffee? achso, wir müssen also jemanden erledigen damit die Verzeihung verschwindet ich hätte jetzt nicht gedacht 88 willst du mich eigentlich geht ja noch bis level 99 ne ich bin jetzt erwachsen ich bin jetzt erwachsen hat für mich irgendwie nur niesen gemacht warum ist der erwachsen als vielfacher was soll dieser blockpoint überhaupt dass Samuoco so ein Kind wird ich mal ganz ehrlich okay der war am ende von von selbst irgendwie so weit mit 40 oder 50 wahrscheinlich aber trotzdem so egal der körper bleibt ja jung das ist doch egal egal ich habe ich auch so war ich habe mich auch noch nie gesehen ich habe immer nur stück von gt guckt vor allem in deutschland war sowieso irgendwie am meisten cut und nicht gezeigt komischerweise wurden die langweiligsten teile irgendwie nur bezahlt ich habe das Gefühl hahaha irgendwie nur der anfang gezeigt wo die drangenballs gesucht haben was meiner meinung nach eine der langweiligsten sachen aller Zeiten war dann haben sie den kampf gegen baby und so gezeigt dann haben sie glaube ich super 17 fast ausgelassen und haben zu den drachen gewechselt was sollte das also als es halt auf rtl 2 lief damals er wird schon so bestimmt sechs jahre nachdem die serie eigentlich schon in japan draußen war ich finde mich sowieso wundert warum wir jetzt so lange gebraucht haben dann als sie jetzt rausgebracht haben war natürlich ein totaler flop restart so endlich ok and die so so Ähm, die Gegner verschwinden und ich hoffe, sie sammeln sich nicht alle an einen Ort, damit ich sie alle bekämpfen muss. Bitte sagt mir, die verschwinden, so als Anzeichen dafür, dass GT nie existiert hat. Deswegen verschwinden die ganzen Gegner jetzt wieder. Ich will die nicht alle auf einmal bekämpfen, dann wird der absolute Horror. Ich will nur noch die Geschichte der 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 Geschichte. Ich glaube, dass ich die nächste Chance habe, dann bitte ich mich auf einmal. Ich werde jetzt noch ein bisschen zu essen, oder? Also kämpft man nicht gegen Shenlong oder was? GT Saga, 1. Hälfte Nämlich meine... Nächste ist die 2. Hälfte Gibt es davon keine? Hm. Ich weiß nicht. Ok, dann gucken wir mal. Es wäre echt gut, wenn ich mir sagen könnte, um was es geht. Ganz ehrlich. Wenn jetzt hier Revival of F kommt, ne? Nicht beenden. Ok. Okay. Weil wir die ganzen Dragon Balls abused haben, wie blöd. Normalerweise sollten die ja nur alle paar Jahrhunderte oder so gefunden werden oder so. Irgendwie jedes Jahr wurden ja irgendwie Shenlong gerufen. Ok. Ice und Nova Shenlong. Die ganzen Shenlongs kenne ich übrigens gar nicht. Auswendig. Mein Gott, ist so Gokugos. Oh, äh, wie ist da nochmal Gil? M-Matchina-san yo! Also kann man sich auch aus dem Kampf kicken, ne? Dragon Ball Handlung! Dragon Ball Handlung! Ich bin bin. Das ist so Gokugos. Ich bin ein Wöhnlichen Nagasaki. Ich bin ein Wöhnlichen Gokugo. Anfänger! Anfänger! Ich bin ein Wöhnliche Kack разных Gokugos. Ich bin ein Wöhnlichen Gokugos. Ich höre, wenn schweiß dich. Oh, ich bin ein Wöhnlichen Gokugo. Oh, ich bin ein Wöhnlichen Gokugos. Sie sind zwei Tafel und Sie sich zurück in die jünlichen Räume. Ich werde den Rengen-Ball zurückgeben. Und dann, dass du dauerhaft! Du kannst nicht nur den Rengen-Ball zurückgeben. Du kannst nur den Rengen-Ball zurückgeben. ja ich brauche ja jetzt können wir zu paren gehen oder erlebte ich muss von goku ganz ehrlich du bist cooler ok zu passagen von euch. Entschuldigung zweifach, also pass halt. Ja. Und wo ist das? Das ist so weird, ich weiß nicht. Nein, ich wollte es grabben. Was? Wollt ihr mich gerade zwiebeln oder was? Oh, 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 oh. Oh, den Töpfchen. Oh, den Magen geschlagen und weg mit dir. Sehr gut. Du bist ja jetzt eigentlich Omega Shenlong gekommen, ne? Welcher irgendwie ja Super Shenlong heißt. Seine normale Form ist ja Lee Shenlong, glaube ich. Dann, als er sich mit allen Dragonballs vereint hat, war er ja Omega Shenlong. Dann hat so ein Gokku und Dragonball gefressen. Was? Das war sehr schön. Oh Gott. Hi. Super Saiyajin 4 Vegeta. Ich möchte dich noch als Charakter haben, habe ich aber nicht. Super Shenlong versus Super Saiyajin 4 Vegeta. Warum vielfache Super Saiyajin werden? Ich finde die Transformation voll geil. ь die Super Saiyajin 3 Vegeta. Mirafi separatisch. Der Werte zu mir. Und jetzt ist es der Welt. F Bugge! F Bugge! F Guck! Ich bin leer und da. Das ist es mir. Aber das ist mir, der D beanziehung hat. Wer hat sich mit einen Dragonball zu erleden? Das ist mir. Was du beim Dragonball zu einem drauf? Du bist du neben mir. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Die Energien haben wir, die Jörg-Rüge ausgetauscht. Kannst du den Drakon-Ball zu helfen? Kannst du nicht sagen, was ich für einen Drakon-Drakon-Ball zu helfen? Kannst du nicht aufhören? Kannst du nicht aufhören? Hm. Ich wusste nicht, dass du von dir gesagt hast. Ich weiß nicht, was ich für einen Drakon-Drakon-Ball ist. Was ist das? Danke. Ich bin der Drakon-Drakon-Ball. Ich bin der glow. Zungengut! Kachalot, ich bin der Drakon-Drakon-Drakon. Ich bin der Drakon-Drakon. The next eine Sägerndung wird also sein, dass du mitnüssen. Ich bin der Super Saiyajin-Fleer und von dir gespart. Das muss hier sein. Dann hat mich damit auch mit einem solchen Verlangen. Kannst du dir das diese Waffe geben,妙. Das ist schon großartig, fiese Geist. wir haben sie es beim ersten mal geschafft der mächtigste von allen wurde geworden und dann tauchte bild auf ich glaube selbst bild zu wissen will mit progeta probleme haben ganz ehrlich bei dem anime hat der super ständung hatte gar keine chance gegen progeta er hat ihn geschlagen und den seinen schläge einfach abgeprallt wo geht hat er nur einmal angeblendet und der war weg weil er war noch war noch ein großer stärker unterschied als vegetarien also glaube ich nicht ich glaube nicht dass von brockow als superzeit und gott stärker ist als gogeta als vierfacher superzeit bild hat ja auch 70 prozent eingesetzt müsste gogeta eigentlich stärker sein bild weil ehrlich nur ein uhrknall kam ja mehr hat irgendwie ausgereicht um ihn zu erledigen aber da jetzt nicht mehr offiziell ist wegen akia toyama wenn wir diese antworten er auskennen aus der vegetarien war noch mal auf oder von goko und begeta tun sich irgendwann mal fusionieren zu gogeta superzeit und gott begeta irgendwie so was dafür doch mal geil bringen bestimmt irgendwie so weit noch mein ja mit die chance wieder so viele sachen da reinzubringen in der neuen serie kommt schon auch irgendwann mal und schluss das man so auch schluss okay gogeta und das ich weiß nicht waren jetzt zwei kämpfe also denke ich mal jetzt kommt noch mal zwei kämpfen irgendwie sorgt ich mich nicht irre mal schauen das kommt schon immer mehr und tower ne da 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 hier da ich da ich sag jetzt schon wir werden übelst verlieren ich ging alle drei auf einmal kämpfen muss ultimativer teamkampf sagt mir nicht alleine geht als auch noch bei meine ausdauer weil ich so was von drauf gehen meine ausdauer hat alle drei so mann mutter kam hier und 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 Oh, das werde ich noch nie im Leben schaffen. Was gut geht, Herr? Ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Oh, nee. Er hat jetzt echt was hier vom Final Boss, ne? Ah, jetzt ist er noch mal. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab's nur fast nicht getroffen. Ich muss erst mal Shanlong und 17 Erlebnungen dafür. Bei Gogeta macht er irgendwie nix dafür. Au. So wird macht bw geht da nicht so viel Schaden. Alter, das ist so brutal, wie viel er abzielt. Wir sind vom vorne angreifen, ne? Wir sind vom vorne angreifen, das klingt nicht. Alter, lässt er mich mal in Ruhe. Oh, komm her. Guck dir das noch an. Aber, meine Kraft ist noch nicht so. Ey. So wird macht er diesen einen Angebot nicht mehr. Alter. Boah, Alter, ich krieg den nicht down. Ich bin ja eigentlich in der entsprechenden Reihenfolge erledigt. Aber geht nicht. Wieso als Super 17 noch gar keinen Schaden? So geht aber, was machst du eigentlich? Boah. 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 Ja, ich komm mit. Zu gar nix. Boah. ich komme alter 17 ist mir das immer auf so kalt geht das fusion irgendwie so lange ja ich nur zehn minuten gedauert wo ist schon da mein gott da jetzt bin ich auch nicht allein gestellt und er hat mein angriff mehr oder weniger abgewährt sind alle drei auf mich los also zwei ich komme zu nix sehr viel spaß macht der kampf gerade nicht wenn ich ganz ehrlich bin ich komme nicht zum hat mich jetzt so auf ja ich habe schon aufgestammt ist auch kacke gemacht das hat ein bescheu... das hat ein beschiedener kampf Boah, jetzt echt? Ach, Mann... ... und der Kampfmechanik hätten so ein paar Sachen noch ändern sollen, ne? Ja, genau deswegen... Wir können ihre Sachen andauernd einsetzen... Wir können ihre Ultimates andauernd einsetzen, dann hätten sie irgendwas machen sollen. Boah, wie satten Scheißkampf hier! Ja, die können während meiner Ultimate ihre Ausweichmacht für Sachen machen. Das bringt doch nichts! Ja, ist gut. Ich bin sowieso jetzt weg. Ich komm nicht dazu, mich aufzuladen. Und das geht die ganze Zeit jetzt so weiter. Und von einer von euch berechtigt jetzt. Nein! Der macht das jedes Mal, wenn ich irgendwas einsetze! So, du bist schon gleich mal weg. Boah, oh mein Gott! Jetzt schau ich doch nicht mehr alles hier! Ja, lass mich in Ruhe! Oh! Alter! Piss dich... Piss dich! Piss dich... Piss dich! Boah! alter nur weil er zwei drei gegner auf einmal waren sollst du ich krieg die krise vor allem er ist ja noch beschissen auf den der kämpft gar nicht richtig direkt dann habe ich kann seine rüstung ich an wir sehen da ist das beschissen und sind von vorne angreifen warum zieht denn das nix ab redet gibt es doch nicht wenn das so lächerlich da muss ich ein paar mal angreifen bevor ich den dings verkaufe bitte sagt mir das war es danach oder wenigstens ein kampf wo nur ein gegner oder so kommt das ist scheiße das war knapp aber bitte sei danach direkt tot sehr gut oh gott das war so bescheuert sobald mehr als zwei gegner ist bald mehr als zwei gegner ist vorbei in dem spiel du nicht du bist verreckt es ist immer noch nicht vorbei Phänisch ich meine ich vermische ich denke man ich bin ich bin Das war's für mich. das mit der wahl mehr nun kann um ein monat der tatsache zur zukunft des personen in vegetarien hatte habe ich so das gefühl dass von goten und trunks in drangmoset sind eine enttäuschung bin ich okaidi otsukaresama すみません 決まりを破って飛び出してしまいました 本当よダメだって言ってるのにびっくりしちゃわ すみません まあいいわなんとかなったしね これでワームホール騒動も一段落ね そうですね 今度こそ完全決着です おめでとうございます今までのご褒びにプレゼントを用意しておいたわ ここん東西のグルメを集めたフルコースよ ここんとうざいのグルメを集めたフルコースよ jawoll エッセン こっちの建物よ ついてきて ああ あの 覚悟しておいてください 今までで一番難しいクエストになります もうすぐ多くは? キャープ 何とめの Werの瓶料で物流違うかな? ja und da passiert was oder es hat aber mit dem kochen zu tun hallo ok abgeschlossen und anscheinend ist ja keine dlc mehr übrig was irgendwo hier hinter ist nur eine oder so was weiß ich ja wie geht es dein magen sei seitdem für mich ich bin es gibt noch mehr ich sollte meine mutter um eine erfindung bitten bin sicher mutter wird tut mir leid tut mir leid es ist ein wer das gekocht habe das ist jemand ist was ist los du siehst so blass aus aus mehr näherst du soll ich noch was anderes machen nur spaß den kann ich hast du öfter gerichte von einem gott bekommst das war eine belohnung für die lösung ist wohl noch problem vielleicht nächstes mal kannst dich ja schon darauf freuen so je nachdem was jetzt hier noch kommt ja wahrscheinlich nur einige parallelquests waren um revival of f zu zeigen und ja weiß nicht ob ich alle parallelquests hier aufnehmen oder weiß ich nicht ganz meister hier noch zeige weil wenn dann kommen die irgendwann sehr sehr spät also weiß ich nicht sofort kommen die auf jeden fall nicht diese parts kommen jetzt hier so montag bis mittwoch sind ja noch zwei parts aber gut ich werde mal sehen wann die nächsten parts kommen was ich in den nächsten parts machen und so jedenfalls würde ich dann erstmal sagen ich bedanke mich alle zuschauer sagt tschüss bis zur nächsten folge oder auch nicht keine ahnung